In diesem Video geht es um die Bearbeitung von Schlussrechnungen. Schlussrechnungen haben in verschiedenen Zusammenhängen verschiedene Namen. Manche sprechen von direkten oder indirekten Verhältnissen, Zuordnungen oder Proportionen. Der Name Dreisatz bedeutet, dass man drei Werte kennt und den vierten Wert berechnen muss. In diesem Video wird das Lösen von Schlussrechnungen mithilfe von Tabellen erklärt. Beim direkten Verhältnis verhalten sich beide Größen gleich. Wenn die erste Einheit mehr wird, dann wird auch die zweite Einheit mehr. Wird die erste Einheit verdoppelt, dann auch die zweite. Bei der grafischen Darstellung solcher Zuordnungen entsteht immer eine gerade Linie, die bei Null beginnt. Typische Beispiele dafür sind das Verhältnis Kilogramm zu Preis, Arbeitsstunden zu Lohn oder Zeit zu Weg. Aber das wirst du beim ersten Beispiel gleich besser verstehen. Beim ersten Beispiel kennt man den Lohn für fünf Arbeitsstunden und sucht den Lohn für sieben Arbeitsstunden. Dabei ist immer davon auszugehen, dass Max für jede Arbeitsstunde den gleichen Lohn erhält. Wir beginnen mit einer einfachen Tabelle. In der ersten Spalte stehen die Arbeitsstunden, in der zweiten Spalte der Lohn. Wir kennen den Lohn für fünf Stunden und suchen den Lohn für sieben Stunden. Da wir nicht direkt mit einer Multiplikation oder Division von fünf auf sieben kommen, müssen wir zuerst den Lohn für eine Stunde ausrechnen. Um von fünf auf eins zu kommen, müssen wir durch fünf dividieren. Wenn es weniger Stunden werden, dann wird auch der Lohn geringer. Stunden und Lohn befinden sich deshalb im direkten Verhältnis. Deshalb wird auch der Lohn durch fünf dividiert. In einer Stunde verdient er also acht Euro. Um auf sieben Stunden zu kommen, muss mit sieben multipliziert werden. Acht mal sieben ergibt 56. Max verdient in sieben Stunden also 56 Euro. Beim zweiten Beispiel geht es um Marmeladegläser und um die Menge Marmelade in Kilogramm. Umso mehr Gläser, desto mehr Kilogramm Marmelade passen rein. Es handelt sich also wieder um ein direktes Verhältnis. In acht Gläser passen sechs Kilogramm Marmelade. Das Gewicht von zwölf wird gesucht. Wir kommen zwar nicht direkt von acht auf zwölf. Diesmal können als Zwischenschritt aber vier Gläser berechnet werden. So verhindern wir das Rechnen mit Kommazahlen. Gläser wiegen drei Kilo. Zwölf Gläser wiegen neun Kilo. Beim dritten Beispiel stehen die Größe des Rasens und der benötigte Dünger im Verhältnis. Umso weniger Rasen, desto weniger Dünger wird benötigt. Rasen und Dünger stehen also wieder in einem direkten Verhältnis. Von 100 Quadratmetern kommen wir mit einer Division durch zwei direkt auf 50 Quadratmeter. Die Größe des Rasens wird halbiert. Deshalb halbiert sich auch die Menge des benötigten Düngers. Für 50 Quadratmeter werden also neun Kilo Dünger benötigt. Neben dem direkten Verhältnis gibt es auch noch das indirekte Verhältnis. Je größer die erste Einheit wird, desto kleiner die andere. Und umso kleiner die erste Einheit wird, desto größer die andere. Bei der grafischen Darstellung erhält man immer eine Kurve. Typische Beispiele sind das Verhältnis von Geschwindigkeit zu Fahrzeit, der Anzahl von Maschinen zu benötigten Arbeitsstunden, der Verbrauch einer Ware zu der Zeit, wie lange der Vorrat reicht, oder der Höhe einer Treppenstufe zur Anzahl der Stufen. Beim vierten Beispiel geht es um das Verhältnis der Anzahl der Bagger zu den benötigten Tagen für die Fertigstellung der Arbeit. Dabei ist natürlich davon auszugehen, dass jeder Bagger gleich schnell arbeitet und dass problemlos mehrere Bagger gleichzeitig arbeiten können. Wir machen wieder eine Tabelle. Wir wissen, dass zwei Bagger sechs Tage benötigen. Gesucht ist die Arbeitszeit für drei Bagger. Da wir nicht direkt von drei auf zwei kommen, machen wir einen Zwischenschritt über einen Bagger. Da ein Bagger mehr Zeit braucht als zwei Bagger, nimmt die Anzahl der Bagger ab, aber die Anzahl der Tage wird größer. Es handelt sich also um ein indirektes Verhältnis. Mit der Zahl, durch die auf der linken Seite dividiert wird, muss man auf der rechten Seite multiplizieren und umgekehrt. Drei Bagger benötigen also vier Tage. Beim fünften und letzten Beispiel nimmt die Geschwindigkeit von 70 auf 50 kmh ab. Die Zeit, die für die Fahrt benötigt wird, nimmt deshalb zu. Es handelt sich also wieder um ein indirektes Verhältnis. Als Zwischenschritt kann in diesem Beispiel die benötigte Zeit für 10 kmh berechnet werden. Mit 10 kmh würde die Fahrt 420 Minuten dauern. Mit 50 kmh dann nur noch 84 Minuten. Beim direkten Verhältnis verhalten sich beide Einheiten gleich. Beide werden größer oder beide werden kleiner. Beim indirekten Verhältnis verhalten sich beide Einheiten unterschiedlich. Wichtig ist bei jeder Aufgabe, dass du dir überlegst, ob die Aufgabe wirklich berechnet werden kann und sich beide Einheiten wirklich in einem Verhältnis befinden. Ich hoffe, du hast meine Erklärungen verstanden. In der Videobeschreibung findest du Arbeitsblätter oder interaktive Online-Übungen, die genau zum Video passen. Natürlich mit Lösungen. Verstehst du das Thema jetzt besser? Dann würde ich mich über ein Abo oder Like freuen. Hast du noch Fragen oder sind dir manche Erklärungen unklar? Auch in diesem Fall würde ich mich über dein Feedback freuen. Vielen Dank.